Grüß Gott im Klosterladen des Berneuchener Hauses Klosterkirchberg in Sulz am Neckar. Wegen der aktuellen Corona-Verordnung bleibt unser Klosterladen leider bis zum 10. Januar geschlossen. Gerne sind wir aber weiterhin telefonisch oder per E-Mail für Sie da. In diesem Jahr bieten wir erstmals im Klosterladen Weihnachtsgebäck und Apfelbrot vom Küchenteam des Berneuchener Hauses an. Auch unser selbstgemachter Apfelsaft und unsere Bratapfel-Marmelade aus Kirchberger Äpfeln darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Ebenso bieten wir Blüten und Waldhonig direkt vom Kirchberg. Unser Sortiment wird abgerundet von unserem selbstgemachten Likör aus Kräutern aus dem Klostergarten. Mit dem Heiligen Abend beginnen die zwölf heiligen Nächte. Immer mehr Menschen entdecken heute den Brauch in den Häusern mit Räucherwerk für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Dafür führen wir eine große Auswahl an Weihrauchharzen, Weihrauchgefäßen und passender Literatur. Für das neue Jahr 2021 führen wir eine große Auswahl an Kalendern. Besonders ans Herz legen möchte Ihnen dieses Jahr Maria Brotbeck den kleinen Tischkalender zum Stellen oder Hängen mit Bildern rund ums Kloster Kirchberg. Auch Andachts- und Losungsbücher führen wir. Die Losungen der Herrenhuter Brüdergemeinde führen wir auch als Großdruck und als Geschenkausgabe. Dieser Tage ist auch wieder eine große Lieferung aus Ghanagubi, einem Kloster in der Provence, bei uns eingetroffen. Wir bieten Ihnen edle Seifen und unterschiedlichste Naturdüfte an. Hier sehen Sie unterschiedlichste Bücher für Ihre Kinder und Enkelkinder. Die Winterzeit ist geradezu die Vorlesezeit und ideal, um mit Ihren Liebsten in andere Welten abzutauchen. Wie immer verpacken wir Ihren Einkauf gerne als Geschenk, passend für jeden Anlass. Wohnen Sie in der Nähe, bringen wir Ihren Einkauf gerne persönlich vorbei, ansonsten versenden wir ihn mit der Post. Sie erreichen uns bis zum 23.12. von dienstags bis samstags von 11 bis 15 Uhr und dann wieder ab dem 5. Januar. Entweder telefonisch unter 07454 883 137 oder per E-Mail an klosterladen.klosterkirchberg.de Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und senden Ihnen herzliche Grüße aus dem Klosterladen des Berneucherner Hauses Klosterkirchberg in Sulz am Neckar. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!